Ja hallo zusammen, ich habe heute die Venue 2 Plus auf dem Tisch und zwar mich haben mehrere Fragen erreicht, wie das Ganze mit WhatsApp funktioniert, gerade im Hinblick aufs iPhone. Da gibt es ja so ein paar Probleme bzw. Schwierigkeiten, dass man nicht wirklich direkt auf antworten kann. Und ich möchte jetzt hier einfach auf die Fragen, die sowohl in den Kommentaren als auch mich schriftlich erreicht haben, sei es jetzt über Instagram oder über Facebook, da wurde ich schon jetzt mehrmals gefragt. Deshalb möchte ich euch das einfach mal kurz vorstellen, euch ein kleines Tutorial zeigen bzw. einen Praxistest, wie das Ganze dann hier mit WhatsApp aussieht. Generell möchte ich sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt diese doch immer gerne in die Kommentare. Ich beantworte diese gerne, ich schaue mir auch jeden Kommentar an bzw. wenn ihr auch Vorschläge habt, was für Videos ihr sehen wollt, könnt ihr es auch gerne mal hier in die Kommentare schreiben. Schließlich mache ich ja die Videos für euch und nicht für mich. Aber ich würde sagen, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert, wie das in der Praxis aussieht. Viel Spaß! Ja, einige kennen das schon, die selber eine Venue 2 Plus haben bzw. wenn ihr euch überlegt, eine Venue 2 Plus zuzulegen, gibt es das Problem, dass wenn ihr jetzt hier WhatsApp-Nachrichten bekommt, kommt, ich schicke mir jetzt einfach mal eine zu, dass ihr diese nicht direkt beantworten könnt. Das bedeutet, ihr bekommt hier die Nachricht angezeigt, das ist von meiner Frau und wenn ihr auf die drei Punkte geht, ist es entsprechend leer. Wenn ihr jetzt ein Android-Handy habt, könnt ihr euch vorgefertigte Antworten generieren und diese dann entsprechend senden. Beim iPhone wird diese Schnittstelle leider nicht unterstützt, das bedeutet, ihr könnt hier eigentlich gar nichts machen. Ihr könnt euch das Ganze hier durchlesen, ihr könnt das Ganze dann entsprechend hier leeren und dann nicht mehr beantworten. Ihr habt jetzt aber das Glück oder, ja, das Gute der Venue 2 Plus ist, dass ihr ja die Sprachsteuerung habt. Das heißt also, ihr könnt jetzt auf Siri zurückgreifen und entsprechend per Sprachsteuerung auf eure WhatsApp-Nachricht antworten. Ich hatte die ganzen Einstellungen ja auch schon mal in dem Video gezeigt mit dem Telefonieren. Ich verlinke euch das Ganze mal bzw. ich zeige es hier nochmal kurz und ihr könnt es dann entsprechend auch im Kapitel überspringen, falls ihr das schon kennt. Ja, hierfür müsst ihr in die allgemeine Einstellung reingehen und das allererste, was ihr machen müsst, ist Face-ID einzustellen. Wenn wir dann entsprechend hier drin sind, gibt es hier den Punkt Siri und dieser Punkt muss entsprechend angehakt sein. Das heißt also, Siri muss einen Zugriff haben bzw. dass es entsprechend entsperren darf. Daher muss hier ein Haken gesetzt werden, weil sonst wird das Ganze erstmal nicht funktionieren. Als nächsten Schritt müssen wir dann noch in Siri und suchen gehen. Hierfür gehen wir jetzt auf den dritten Punkt, der bei mir hier angehakt ist. Der muss eingestellt sein und zwar Siri im Sperrzustand erlauben. Das heißt also, dass Siri dann entsprechend, auch wenn das Handy gelockt ist, hier das Handy entsperren darf und hier auf die entsprechende Schnittstelle zugreifen kann bzw. ich da mit der Uhr dann auch zugreifen kann, um hier die Nachricht zu verschicken. Als nächsten Schritt müssen wir dann noch eine Einstellung bzw. die Einstellung beim WhatsApp überprüfen und dafür sind wir jetzt auch in den allgemeinen Einstellungen. Dann müsst ihr so lange runterscrollen, bis ihr dann entsprechend hier zu WhatsApp kommt. Und wenn ihr im WhatsApp drin seid, müsst ihr entsprechend die Sachen erlauben. Hier zum Beispiel auch das Mikrofon etc. Und bei Siri suchen müssen hier entsprechend alle Haken gesetzt sein, damit auch hier Siri vernünftig arbeiten kann. Sonst kann es hier zu Problemen kommen. Wenn ihr alle Face ID und Siri suchen Einstellungen durchgeführt habt, ist auf jeden Fall die Uhr schon mal mit Siri connected. Das bedeutet, die Uhr hat, sobald sie schon eine Bluetooth-Connection hat, wenn ihr das Ganze verbindet, ist es schon ganz miteinander verbunden und ihr müsst dann nichts weiteres mehr tun. So, ich habe jetzt aus Testzwecken mal mein Handy weggelegt bzw. in einem anderen Raum. Es muss auf jeden Fall eine Bluetooth-Verbindung da sein. Und ich habe mit hochprofessionellen Tools auch den Chatverlauf meiner Frau hier mal entfernt. Und jetzt ist es ganz einfach. Ihr habt ja auf der Schnelltaste, hoffe ich doch, auf einen der beiden Tasten die Sprachströmung gelegt. Bei mir ist es hier zweimal drücken. Dann kommt hier Connect to Voice Assist. Und dann sage ich jetzt einfach WhatsApp an Karo Schatz. Hallo YouTube, wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Senden. So, und da sehen wir jetzt gerade auch, hier ist es schon aufgetaucht. Und ja, die Qualität natürlich der Sprachsteuerung bzw. das, was dann ankommt, hängt natürlich nicht von der Uhr ab, sondern von Siri selber. Aber so habt ihr dann die Möglichkeit, während des Autofahrens oder wenn ihr gerade das Handy nicht zur Hand habt, entsprechend auf die WhatsApp-Nachricht zu antworten. Ihr müsst dann jediglich nur wissen, wie der Kontakt halt bei WhatsApp heißt. Und so funktioniert es auch generell mit Siri. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt weiterhelfen mit WhatsApp-Meldung auf dem iPhone und mit der Venue 2 Plus. Wenn euch noch mehr Sprachsteuerungsthemen um die Venue 2 Plus interessieren, ich habe hier mal ein Video verlinkt. Da habe ich das Ganze mal mit dem Telefonieren getestet bzw. gezeigt, wie man es einstellt. Wenn euch generell die Venue 2 Plus interessiert und die Einstellung der Uhr generell, dann habe ich hier ein Review-Video zu der Uhr gemacht. Da könnt ihr euch auch nochmal reinschauen. Und wenn ihr euch um das Thema Garmin interessiert, da habe ich hier oben eine Playlist, die ich euch verlinken werde. Da habe ich alle Themen rund um Garmin zusammengefasst. Da könnt ihr einfach mal reinschauen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bleibt vor allem gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.